Ich höre, dass es kratzt. Das kann sein, es hat neulich gekratzt, dann hatte ich Techniker hier. Jetzt kratzt das wieder. Weil der Kompressor ist gerade nämlich heil gemacht. Dieser Universal ist nämlich einer der besten Gesangskompressoren. Ja. Aber dann gibt es halt diese Sache, dass er heil gemacht wurde. Und den gibt es nicht mehr. Es gibt eine Nachbildung, die kostet 1000. I wonder how they sleep at night When the sale comes first and the truth comes second Just stop for a minute and smile Why is everybody so serious? Heel so high that you can't even have a good time Everybody look to the left, yeah Everybody look to the right Can you feel that, huh? We're paying when left tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price take Ja, also was mir gefällt ist, dass du sofort vor das Mikro gehst, ne? Dass du also gar nicht lange hier sitzt im Regie-Raum, sondern sofort einsingen willst, ne? Got the shades on your eyes And you heal so high that you can't even have a good Das Steve-Version finde ich wesentlich besser Ähm, gut Dann würde ich sagen, lass uns einmal vielleicht an einen Song gehen Oder hast du noch was anderes? Vielleicht einen Song, der dir mehr liegt noch? Hm Also alle gleich? Ja Alle liegen mir alle gleich Ähm, ich hätte Titanium noch dabei Also dass du halt das nach deinem Gefühl machst Und nicht jetzt nach einem anderen Song Sondern halt nur so, wie du den Song jetzt singen würdest Interpretieren würdest, sag ich mal Oh baby, wake up this morning And I feel for you I'm missing you Oh baby, wake up this morning And I want you here By my side Nee, ja, super Okay, dann machen wir einmal die Ich kann fair sagen, welche ich besser finde Okay, ja Nee, dann Tick anders Wie gesagt